Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier halte ich von Nike ein Modell in den Händen, das seit Jahren auf Erfolgskurs ist. Den Lunaglide Plus in seiner vierten Version. Das namensgebende Lunalon-Material, aus dem die Zwischensohle besteht, wurde ursprünglich für die Weltraumforschung entwickelt. Nike erkannte aber das Potenzial des Materials für die Verarbeitung in Laufschuhen, das extrem leicht und sehr formbeständig ist. In der Zwischensohle integriert ist das Dynamic Support System. Das ist in dieser Version zum ersten Mal auch von außen sichtbar. Deutlich erkennen kannst du es hier an der Keilkonstruktion. Diese wirkt je nachdem, wie stark du beim Laufen nach innen einknickst, einer Fehlbelastung entgegen. Das macht den Lunaglide für eine Vielzahl von Läuferinnen einsetzbar. Mit einem neuen Design kommt auch das Obermaterial daher. Es ist weich, leichter als bei seinen Vorgängern und überzeugt durch seinen anschmiegsamen Sitz. Ein optisches sowie technisches Highlight ist die Schnürung. Sie ist mit separat um den kompletten Fuß laufenden Bändern verbunden und gibt der Läuferin einen individuellen und sicheren Halt. Die Fersenspange fällt etwas leichter und kleiner aus als bei den älteren Modellen und rundet somit die perfekte Passform ab. Unter der Sohle kannst du bei diesem Modell zum ersten Mal das Lunamaterial nicht nur sehen, sondern auch richtig gut fühlen. Der Nike Lunaglide Plus 4 ist für viele Läuferinnen geeignet, von der Neutralläuferin bis zur Überproniererin und für die Anfängerin genauso wie für die Fortgeschrittene. Und es gibt ihn für Männer und Frauen auch in einer Vielzahl an tollen Farben und du kannst ihn natürlich in deiner Runners Point Filiale angucken oder hier online bestellen unter www.runnerspoint.com.